Die Kokosnuss Die Kokosnuss Der Affenpapa ist in Wut, die Wut ist groß, man sieht es gut, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Affenschutzmann ruft Verrat, die Kokosnuss gehört dem Staat, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die Affenmama ruft Hurra! Die Kokosnuss ist wieder da, die ganze Affenbande brüllt. Da ist die Kokosnuss! Da ist die Kokosnuss, die Kokosnuss ist wieder da.